morgens kurz vor sieben uhr in deutschland wir wollen euch heute marvin vorstellen er ist ein echter shk profi das steht für sanitär heizung und klimatechnik damit ist er einer von 5,5 millionen handwerkern in deutschland während sich marvin auf einen neuen ereignisreichen arbeitstag vorbereitet erzähle ich euch von seinen spannenden aufgaben am häufigsten sorgt er dafür dass in gebäuden immer eine perfekte wohlfühltemperatur herrscht dafür arbeitet er mit den modernsten heiz kühl und lüftungssystem er nutzt dabei auch erneuerbare energien die sonnenstrahlung oder die erdwärme mit seinem wissen und können ist er somit maßgeblich an der energiewende in deutschland beteiligt als echter shkala sorgt er auch dafür dass menschen bis ins hohe alter in ihrem eigenen haus leben können in seinen barrierefreien bädern fühlen sich menschen so richtig wohl zu seinen aufgaben gehört auch der transport und die verpackung unseres wichtigsten lebensmittels dem trinkwasser er sorgt dafür dass dieses in bester qualität beim verbraucher ankommt ganz schön viele aufgaben seine ausbildung und seine berufserfahrung helfen ihm diese zu meistern außerdem werden shk-profis regelmäßig geschult um die neuesten technologien einsetzen zu können täglich ist marvin im kontakt mit den verschiedensten kunden er setzt alles daran ihre wünsche zu erfüllen am ende eines tages weiß er genau was er geschafft hat und wie vielen menschen er helfen konnte so ist das eben im handwerk ein ganz schön spannender job so als shk profi wie marvin einer ist leider haben wir in unserer branche ein riesengroßes problem immer weniger jugendliche entscheiden sich für eine ausbildungsstelle im handwerk und vor allem im shk handwerk also fehlen uns wirklich leute die kreative ideen mit einbringen und auch anpacken bei uns in unserem job die auch tolle heizungsanlagen bauen wollen und badezimmer und einfach den kunden ein tolles handwerk bieten wollen und deswegen sind jetzt alle azubis da draußen gefragt es gibt nämlich eine azubi aktion dafür schnappt ihr einfach euer handy und macht ein kleines video von euch selber und erzählt uns einfach mal was findet ihr an eurem job so cool was ist uns euch schon so tolles in der ausbildung passiert gab es da irgendwelche spannenden sachen von denen ihr was berichten möchtet erzählt es einfach hier in euer handy in die kamera und das ladet ihr nachher hoch auf www.shk-next-generation.de dann nehmt ihr nämlich teil an einer großen verlosung alle die teilnehmen bekommen sowieso ein tolles geschenk und unter den zehn coolsten beiträgen wird ein exklusiver video workshop verlost ein ganzer tag mit mir unter anderem und auch noch ein paar andere experten sind mit dabei und wir werden einen ganzen workshop tag miteinander verbringen und uns rund um das thema video da mit beschäftigen also dieses video teilen ganz wichtig liked es natürlich auch und bis zum 30 september habt ihr noch zeit euer video da rein zu schicken bis dann tschau